das ist schüssel wir brauchen einfach nur weiße blöcke was kann man da nehmen was sagt denn latsch bauen segment sunny quarts ein richtiges grelles weiß hier gibt's sachen wir durchforsten jetzt erstmal die ganzen blöcke auf mein rücken das hat geknackst das hat ordentlich geknackst color block of quarts das wäre gut wie bastelt man denn da brauchen wir den paintbrush und weiße farbe beziehungsweise block of quarts brauchen wir gut quarts müssen wir da haben oder quarts genau ob diese quarts blöcke ausreichen das muss ich mal gucken das muss ich mal gucken ob das gut ist ja das hat auch dieser ich glaube das sind die am besten zack 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 das wollte ich nicht raushauen so zack 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 okay was brauchen wir denn da wir brauchen den paintbrush das heißt wir brauchen ein paar sticks ein paar sticks string brauchen wir dann haben wir nämlich ein paintbrush ein pinselchen haben wir haben wir block of quarts drauf haben wir brauchen mehr quarts aber ich glaube das sind die blöcke die ich suche ja tatsächlich super aus kann man die nicht auch noch ein bisschen so müsste es doch funktionieren oder wenn es so nicht funktioniert dann weiß ich ja noch bescheid das geht auch von innen ja das geht das ist super dann müssen wir nämlich noch hier kurz das falsche knopf gedrückt auch gut die dinge austauschen sieht jetzt von vorne genauso aus wie von hinten aber die weißen dinge die machen es das ist unser richtiges ding das was wir brauchen das sieht gut aus sogar so die hauen wir da mal rein die hauen wir da mal rein da müssen wir mal von draußen gucken ah das sieht doch noch was aus und aber totaler block haben wir doch alles klar läuft eine andere frage gibt es hier noch einen anderen laborator block hmmm 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 haben wir hier noch einen digital miner drin digital miner perfekt tesseract haben wir jetzt hier keinen mehr drin oder tess ne ok ich hab ne idee wir bauen uns kurz ein tesseract da 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 kackding ey nein das ding will ich wisse fusequartz müssen wir noch genug drin haben enderium auch noch zwei stück dann müssen wir die dinge reinhauen äh lassen wir mal kurz lügen wie bastelt man die äh ok durch zwei ender schmirlen zwei von denen und irgendwann irgendeinen dust da müssen wir noch was davon haben perfekt so das müsste reißen ok das ist fertig gemacht ist nicht schnell überhaupt nicht schnell deswegen äh haha basteln wir mal kurz ähm diese kreppi ne da die dinge das ding basteln wir mal kurz dafür brauchen wir oh gott mein rücken oh so die dinge die basteln wir mit ender schmirlen genau dann perfekt wir haben ein paar davon und dann ender perlen ah scheiß drauf machen wir 16 stück ähm wieviel enderium wir haben zwei brauchen vier stück sehr schön sehr schön dann gehe ich nämlich in die hölle mit dem ding dann brauchen wir noch einen dimensional anchor oh perfekt ist richtig ausguckt ah Hilfe so dann brauchen wir noch ähm ähm enderium perfekt da haben wir jetzt welches den tesseract genau fused quarts brauchen wir fused quarts oh perfekt und der entfused obsidian mal ein fused dinget keine ahnung was es bringt äh und ein dia brauchen wir haben wir zum glück ein paar so perfekt dann runter hier äh noch eins runter ja ja genau perfekt so jetzt heißt es warten das ist auch ne das ist kein enderio information ja augmentation ja 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 das ist die Dinge kann man glaube ich nicht upgraden fliegen was gibt es denn so alles von flut transponder resonant manipuliert flutes und flut containers sporter modul okay das ding ist fertig jetzt brauchen wir nur noch silber und bronze genau du kommst weg bronze haben wir da zack 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 äh scheiße wo silber ne das ding ah haben wir keinen silber mehr doch doch haben wir perfekt den tesseract haben wir sehr schön dimensional anchor haben wir was brauchen wir noch scheiße wir bräuchten eigentlich noch einen zweiten tesseract äh lass mich mal kurz gucken das sind immer pen so genau dann machen wir äh lass mich gucken ich glaub da steht noch der test naja jetzt muss erwarten bis das ding aufgeladen ist super auf schneller Kollege jetzt sehr schön ab in die dimension genau ach scheiße wo haben wir den tesseract wo haben wir das ding jetzt hingestellt fuck ach da wie der arbeitet immer noch lol was soll das denn heißen dass das ding noch immer arbeitet ist das ding nicht hoch genug eingestellt äh kein wunder das ding hier wurde einfach nicht hoch genug eingestellt ha 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 äh man ich brauch den tesseract okay dann ach weißt du was ich glaub ich nehm den einfach mit und stell ihn nachher hier wieder hin dann man muss priorität setzen so home set zack perfekt perfekter tuch ab in die keller ach ja dank dem äh halt da haben wir schon viele obsidieren hilfe wer stört ah ja instagram stört okay wo bauen wir den auf hier hier ist ganz gut zack dann einmal kommt hier die energie hin lassen wir mal kurz gucken ja was scheiß drauf genau perfekt dann machen wir geht das über »items« genau so perfekt hier »autopull« »on« »on« »config« »what ist das denn?« »obsidian« die baut so eine scheiße wir brauchen ohr never quarts genau ohr quarts perfekt safe und danach sind das machen wir auf Das Ding hat alles. Perfekt. Den Dimensional Anchor noch oben drauf hauen. Hä, warum habe ich den Steve Skin? Ich kriege die Krise manchmal bei dem Ding. Und starten. Ah, perfekt. Funktioniert. Das funktioniert ja super. Und dann den. Zack, 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 zack. Wieder nach Hause. Oh, mein Rücken, Alter. Mein Rücken. Hab ich Rücken, ey. Jetzt müssen wir gucken, ob hier Quarz ankommt. Ja, so ist das geil. So liebe ich das. Bauen wir nämlich noch ein paar Blöcke Quarz. 10 Stück haben wir. Weil die Blöcke, die sind die geilsten. Wie heißt denn der Pinsel nochmal? Irgendeine Brush ist das. Paintbrush, genau. Und dann noch Bone Meal. Wie Happy Meal. Das sieht auch geil aus. Oh, das mache ich auch rein. Scheiße. Das sieht geil aus. Wir müssen Quarz im Auge behalten. Das macht das ziemlich schnell. Das sieht geil aus. Oh ja, das sieht super aus. Das Oculus. Oh ja. Oke. Oh ja, das sieht geil aus. Ooooh. Das machen wir. Das 보셨� сор熟 aus. Bis zum nächsten Mal.